Josef Öffner war ein deutscher Baumeister, Gartenarchitekt und Dekorateur. Genealogie Josef Öffner entstammt einer alten Gärtnerfamilie, deren Schreibweise ursprünglich Öffner war. Er war das neunte von zehn Kindern von Christian Öffner, der ab 1668 in Neudeck und ab 1670 in Dachau als Hofgärtner tätig war. Und Maria Katharina, geborene Gebhard. Sein Großvater Georg Öffner, ebenfalls Gärtner, kam wahrscheinlich mit der Landgrefin Mechthild, nachdem diese Herzog Albrecht VI. von Bayern geheiratet hatte, aus Pfeimt nach München, denn dort ist Georg Öffner 1625 als Gartenmeister für das Herzog Spar belegt. Im Jahr 1721 heiratete Öffner Maria Magdalene Schön, die Tochter eines Obristleutnants. Sein erster Sohn Gaudenz Öffner wurde später Rat in Straubing und Salzbeamter in St. Nikola bei Passau. Der jüngere Sohn, ebenfalls Josef Öffner genannt, wurde Kanonikus und Dekan in München. Seine Tochter Maria Adelheid heiratete den Münchner Bürgermeister und Stadtoberrichter Michael Adam Bergmann. Sein Ohrenkel war der königliche Hofgartendirektor Karl Josef von Öffner. Leben, zunächst wurde Josef Öffner ebenfalls Gärtner. Zusammen mit Matthias Diesel wurde er Anfang April 1706 im Auftrag und auf dessen Kosten von seinem Landesherrn, Kurfürst Max Emanuel, zunächst nach Brüssel, später nach Paris geschickt. Während seines Aufenthaltes in Paris entschloss er sich, seiner Neigung entsprechend, den Gärtnerberuf aufzugeben und Baumeister zu werden. 1706 erhielt Josef Öffner als Privatschüler eine weitere Ausbildung zum Baumeister bei Germain-Baufrent in Paris, der an der damals einzigen Elite-Hochschule für Architektur, der Académie Royal de Architecture lehrte. Seither änderte er seinen Familiennamen in Öffner. Ab 1715 war er bayerischer Hofbaumeister unter dem Kurfürsten Max Emanuel, wo er zunächst noch gemeinsam mit Enrico Zuckerli für alle Bauten Max Emanuels zuständig war. Bereits ab 1. April 1715 nach seiner Rückkehr aus Frankreich führte er die Berufsbezeichnung Architekt, in Abgrenzung zu den Niederrahr eingestuften Baumeistern. Mit dem erst 28 Jahre alten Josef Öffner fanden moderne, aus Frankreich importierte Bauideen Eingang zum Münchner Hof. 1717 sandte ihn Max Emanuel auf eine Reise nach Italien, die ihn in zehn Wochen über Venedig nach Rom und Neapel führte. 1720 wurde er zum Oberhofbaumeister ernannt. Nachdem Zuckerli 1724 gestorben war, erhielt er noch mehr Befugnisse. Erst nach dem Tod Max Emanuel 1726 und dem Amtsantritt von Karl Albrecht musste er François de Cuvilliers d. E. den Rang abtreten und war nur noch in der Verwaltung tätig. Sein Grabstein steht im Chor der Münchner Frauenkirche, der Öffnerplatz in München und auch das Josef Öffner Gymnasium in Dachau sind nach ihm benannt. Werke Modernisierung von Schloss Lichtenberg am Lech, Modernisierung des Hauptpavillons und Neubau der Nebenpavillons, des Küchengebäudes und der Stallungen von Schloss Fürstenried, Jagdschloss im Süden Münchens, Ausbau von Park und Schloss Nymphenburg, Badenburg und Magdalenenklause, Weiterbau von Schloss Schleißheim, Mitgestaltung des Reichenzimmers in der Münchner Residenz Palais Preising in München, Hofmarkskirche Schönbrunn bei Dachau, Pfarrkirche Mehring, Untertitelung bei Dachau